Mhhm... Mhhm... Sehr gesund! Tatsache der Motus auch macht lustig, ne? Mhhm... 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 So, hallo und herzlich willkommen zurück bei ManeTVGermany! Heute mal aus der Schweiz an einem Samstag! Ja, warum Samstags überhaupt? Gestern Nachmittag hat bei TV eine neue Challenge ins Leben gerufen und hat praktisch alle ihrer Moneten dazu aufgerufen, daran teilzunehmen. Und ich dachte mir, ich erlaube mir den Spaß und mach da einfach mal mit. Die Aktion oder die Challenge ist genauso ähnlich aufgebaut wie die Ice Bucket Challenge und soll wiederum auf Miststände aufgelöstermachen. Und zwar ist es, jeder Achte leidet immer nur Hunger. Es gibt so viele Krankheiten, Stichwort Ebola, und auch noch so viele Kriegsländer und einfach mal, dass man da in einer kompletten Reihe dafür spendet. Ich finde die Aktion echt super von dir. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr es nicht gesehen habt. Auf jeden Fall nennt sich die Challenge die Lemon Face Challenge. Ja, ich habe mir hier erlaubt schon mal so eine kleine Zitrone hier zu schälen. Was heißt klein? Die ist wahrscheinlich größer als andere Leute das Gehirn, aber egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich versuchen, die mit einem Hubs hier runter zu schlucken, runter zu kauen, wie auch immer. Und werde danach noch 5 Euro spenden. Ich werde danach noch 3 weitere Leute nominieren, die an der Challenge teilnehmen sollen. Wenn ihr die Challenge annimmt, zahlt ihr 5 Euro an die Association. Die ist auch unten in der Videobeschreibung direkt verlinkt. Und wenn ihr nicht daran teilnehmt bzw. innerhalb 24 Stunden die Challenge nicht macht, spendet ihr 50 Euro. Das ganze ist natürlich ganz freiwillig gemacht, allerdings ist die Aktion echt witzig und sollte sich meiner Meinung nach genauso schnell im Netz verbreiten wie die Ice Bucket Challenge auch. Ich bin auf jeden Fall dabei und ich freue mich jetzt auf die Zitrone. Oh yeah! So, und rein mit dem Teil, ne? Oh, ok, ganz krieg ich den nicht rein, das machen wir jetzt noch 2 Hubsen. Tut mir leid, tut mir leid Leute. Oh! Sorry, ich bin verkehrt. Ich hätte mir nicht schon eine Kuh schon holen sollen. Oh! 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 Auf jeden Fall nachmachen zu Hause. Ja! und natürlich dass ich jetzt noch essen muss, aber ich krieg das gerade echt anders hin die anderen beiden konnten leider nicht schreckzeitig kommen deswegen fahr ich mich jetzt halt alleine auf dafür aber keine Sorge, die werden auch noch nachdenklich mit Sicherheit noch was machen letzter Absatz oh 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 okay oh 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 oh